So, bei uns geht es heute mit einem Erfolgstanz des heutigen Jahres. Barbie World, Barbie war ja ganz aktuell, das musste natürlich aufgegriffen werden. Hier noch ein Dank an das Music Institut Mippa für das mit einem Sponsoring. Wir bedanken uns sehr herzlich bei unseren Sponsoren, die das alles ermöglichen. Barbie, das Thema des Jahres könnte man sagen. Die Mädels und Jungs haben es im Fernsehen getanzt, Österreich rein, haben es bei der Europameisterschaft getanzt und haben dort auch den ersten Pflanzer tanzt. Viel Vergnügen mit Barbie World. Was ich am Anfang für nést! Seit den Anfang des Jahres, seit der ersten kleine Mädchen einmal mehr以前, haben wir doch sechs, da. Als neu so ein Mädchen, haben Sie doch die Kinder. Heine Mann, in der Zeit, das in der Schule war. 1 Musik Musik Miss Barbie, place belongs to the hotel. Okay, I'll just, um, I'll get in the box then. Alright, yes! Before I get in the box, could I just run to the restroom and make sure my hair is perfect? Can you see it? Can I love you? Thank you! I used to know But I'm not sure now What I was made for Not every night had to be Girls' Night. Can I come to your house tonight? Sure! Why are you thinking? Why not your girl cannot waste your service Why are you thinking? Why are you commenting? WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Herzlichen Glückwunsch für die Nina und für die Lisa und für die Laura und für die Chrissy und für die Maria und für die Katharie und für Kilian und für die Camille. Herzlichen Glückwunsch! Aber damit noch nicht alles, Schatz, wir haben das jetzt in der ersten Hälfte ein bisschen verheimlicht. Entschuldigung. Aber da drinnen sind Lose. Wisst ihr, habt ihr mitgekriegt, dass die... Also da ist jetzt die Stelle, wo ich mich... Ah, da muss ich mir jetzt namentlich bei allen Sponsoren bedanken. Okay, das wäre jetzt so der richtige Moment. Das wäre jetzt ein schöner Moment, um es ablaufen zu lassen. Gut. Kinder, muss ich nachholen. Achtung! Kinder, ihr dürft da jeder ein Los ziehen. Mit dem Los dürft ihr dann zur Inge gehen. Und jedes Los ist ein Preis. Gell? Also wir haben zahlreiche, die Inge und die Lehrer ganz, ganz fleißig, haben viele Firmen angesprochen, um Unterstützung haben, viele Sachspenden bekommen. Und aus denen haben sie für euch wunderschöne Geschenke zusammengestellt. Gutscheine, Eintritte in alles Mögliche. Lasst es euch überraschen, ich verrate da nichts, gell? So, also wie gesagt, das Los nehmen danach draußen bei der Inge sozusagen in das entsprechende Backerl-Sackerl-Umwandeln. Gell? Schnipp, schnapp, schnipp, schnapp. So, Achtung, haben wir das geschafft. Gibt's dann generell. Also alle Meisterschaftstänzer, die heute da sind, dürfen noch zu mir kommen. Auch die Akapul-Kostler, muss ich mich gleich entschuldigen. Dann kommen wir noch zu den Medaillen. Also ich werde da jetzt auch kein Schnell sein. Liebe Chrissi, bravo. Dennis, bravo. Nastja, bravo. Kamina, bravo. Kathalia, bravo. Laura, bravo. Ella, bravo. Maja, bravo. Nina, bravo. Lisa, bravo. Hilly, bravo. Madleny, bravo. Leni, bravo. Hanno, bravo. So, da sind sie. Unser Adorno-Meister. So. Machen wir so. Ihr bitte vorderan. Habt ihr euch vorderan. Ein schönes Erinnerungsbild. Mit Zeugnis. Mit allen Bromotanen. Und da sind sie. Wir haben ganz, ganz, zack kuscheln, zack kuscheln, zack kuscheln. Ganz genau. Das ist die Vorderung. Alle rein. Alle aufgehoben. Super. Danke.